Ich bin seit 18 Jahren im Pharma- und Gesundheitsbereich tätig, bin seit zweieinhalb Jahren bei Cessera Arzneimittel tätig und dort zuständig für den Bereich Marketing, Vertrieb und für die Entwicklung mit den Kollegen von Produkten, speziell im Hautbereich. Bin seit einigen Jahren auch im Hauptbereich tätig und habe Produkte auch im Apothekenbereich vermarktet, im Arztbereich und das zusammen hat uns bewogen, jetzt auch einen weiteren Schritt zu gehen, ein Produkt zu entwickeln, das wir später vorstellen wollen. Bei der Entwicklung der Salbe war mir wichtig, dass eine Salbe entwickelt wird, die nachhaltig ist, das heißt die lange wirkt, vor allem die ich auftrage und die ich vor allem erstmal nicht wahrnehme. Für mich war eine gute Salbe die, die ich nicht spüre, die vorhanden ist, aber die ich erstmal überhaupt nicht registriere. Die Salbe unterscheidet folgendes, dass wir sie zusammen mit einem Experten aus dem Triathletenbereich, mit Herrn Alexander Taubert, zusammen entwickelt haben. Wir haben besonders darauf geachtet und deshalb eben auch Salbe, wie vorhin erwähnt, dass ein Schutzfilm langanhaftend auf der Haut verbleibt. Das ist der Kernpunkt der Unterscheidung. Dazu haben wir Wert darauf gelegt, dass das Produkt anschließend noch nachhaltig pflegt und da haben wir uns für eine bestimmte Substanz, nämlich Olivenöl, entschieden, die dann die Haut zusätzlich auch noch stärkt. Dazu kam natürlich noch die Anforderung, dass es Schweiß- und Wasserresistenz sein sollte, damit eben die Salbengrundlage sich nicht vermischt mit Wasser und ausläuft. Das ist bei uns nicht der Fall und deshalb unterscheiden wir uns mit unserem Produkt dementsprechend im Markt. Eine neue Salbe war notwendig, meines Erachtens, weil eine wirkliche Schutzsalbe, sag ich mal, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich kenne viele Cremes, die man dafür verwendet, aber eine wirkliche Salbe, die das Problem wirklich im Kern packt, die war nicht vorhanden. Wir haben im Herbst 2009 begonnen mit der Salbe, haben eine Marktforschung gemacht, haben fünf bis sechs Entwicklungsschritte benötigt, damit das Produkt jetzt diesen Standard hat, über den wir uns jetzt unterhalten. Die Ilon Protect Salbe unterscheidet sich zu anderen Cremes, dass sie aufgetragen wird, dass sie lange hält und dass sie schützt und vor allem, dass sie nicht unangenehm riecht. Das Produkt ist ja in erster Linie ein Hautschutz- und Pflegeprinzip, das wir speziell für Druck und Reibung entwickelt haben. Die Salbe wird auf die Haut direkt aufgetragen, das heißt, ich muss keine Sitzpolster einschmieren. Und das ist der große Vorteil, ich schmiere die Salbe direkt auf die Stellen, die betroffen sind oder die geschützt werden sollen. Und der Vorteil dadurch ist natürlich, dass sie die Salbe direkt an den Stellen wirkt. Die Salbe wird auf die Haut aufgetragen, damit wir eine bestmögliche Wirkung des Produktes entfalten können. Und wir wollten praktisch wie ein Luftpolster, ein Druckpolster schaffen zwischen Haut und Bekleidung, damit so wenig wie möglich Druck und Reibung entsteht. Als Triathleten habe ich sehr viele Anwendungsbereiche. Zum einen der Sitzbereich an sich, aber auch die Stellen am Hals, die zum Beispiel beim Schwimmen durch den Neoprenanzug rund gescheuert werden und auch unter den Achseln beim Laufen. Das war ein sehr wichtiges Argument, dass auch das Schwimmen eben zum einen geschützt werden muss, aber auch, dass die Creme genau das Schwimmen eben auch übersteht. Und das ist absolut der Fall. Im Kern war es der Gedanke, für den Sportler ein Produkt zu entwickeln, aber letztendlich ist das Produkt so breit einsetzbar, weil es eben ein Hautschutz- und Pflegeprinzip beinhaltet, dass es auch für andere Bereiche gut einsetzbar ist. Die Elon Protect Salbe, die ist eine Salbe, die, wie ich schon gesagt habe, die nicht auffällt, aber trotzdem wirkt. Das ist eine Salbe, die, wie ich schon gesagt habe.